Es gab tausendfach massive Proteste schon während des Maidans gegen diese Berichterstattung, weil die Leute gemerkt haben, ihr wollt uns wohl verarschen. Das Problem ist, dass man ja seine Herrschaft nur bewahren kann, wenn man die Hoheit über die öffentliche Meinung behält. Demokratie ist, glaube ich, ein völlig ungeeigneter Begriff, weil der suggeriert Volksherrschaft von der Wortbedeutung. Und das haben wir doch ja nicht. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. So viel Zeit muss schon sein, nachdem sich der Westen, allen voran die USA, massiv völkerrechtswidrig in der Ukraine eingemischt hatte. Was die Weißen ja immer noch nicht wissen. Leute finanziert hat. Es gab militärische Ausbildungslager für rechtsextreme, paramilitärische Gruppen in Polen und in Litauen. Das ist so ein Verbrechen von Faschisten, die promotet, unterstützt, finanziert, ausgebildet wurden vom Westen, dass man damit keinen Blumentopf gewinnen kann. Und das Problem dabei ist, dass sich dieser Charakter der Medienberichterstattung wahrscheinlich auch auf dieser Basis in den letzten Jahren auch geändert hat. Also man ist nicht mehr das Sprachrohr dieser Eliten, sondern die Medien entwickeln sich immer mehr auch zum Machtfaktor, also die auch Politik vor sich her treiben. Zeitungen, Rundfunk, Privatsender liegt eigentlich in Händen von einer Handvoll westdeutscher Medienoligarchen-Familien. Werners wunderbare Reise führt uns heute nach Nordsachsen zum Buchautor dieses schönen Bandes, dem Wilhelm Domke-Schulz. Wilhelm, vielen Dank für dieses Interview. Haben wir ja noch gar nicht gemacht. Aber gut, ja, wir machen es ja jetzt. Ja, wir machen es jetzt. Ist das dein erstes Interview, wo man dich interviewt? Nein, natürlich nicht. Okay, alles klar. Du bist aber nicht in erster Linie Buchautor, sondern? Du bist so eine Nebenbeschäftigung. Ja, sondern, wofür bist du bekannt? Naja, für zwei Sachen eigentlich. Also auf der einen Seite als Filmemacher, also da habe ich ja in der letzten Zeit einiges getan, zum Beispiel Remember Odessa, über diesen Massaker in Odessa, der hat ja in den letzten drei Jahren drei Preise gekriegt, in Indien, in Moskau und, nee, in Schweden, nur Finalist, das war kein Preis. Und auf der anderen Seite eben als Medienteoretiker, Medianalyst, also ich habe lange in der Lehre gearbeitet und mache eigentlich, sofern das zulässig ist und geht, immer noch hin und wieder Vorträge oder eben Interviews auch zu dem Thema. Alles klar. Als Medienanalyst wollen wir dich heute insbesondere hören. Was genau du in den Medien heute analysierst oder welche Parallelen sich da in Vergangenheit auftun, soll im Prinzip Inhalt des Gesprächs sein. Ja, vielleicht auch Beispiel der Ukraine oder auch anderer, wollen auch ein paar Hinweise geben für euch Zuschauer, wie das heute möglicherweise in dieser ganzen Corona-Geschichte dann auch wiederzufinden ist, ja, diese ganzen Techniken, die da stattfinden. Aber bevor wir da ins Einzelne einsteigen, erzähl doch mal über deinen Werdegang. Wollen wir das mal nicht zu lang machen, ganz früh anfangen. Also zum Filmbrötigschule, da war ich, glaube ich, acht, zwölf. Mit zwölf, vierzehn habe ich meine ersten Filme gemacht. Aber es war noch nicht ganz klar, in welche Richtung. Also ich dachte so Regie, Kamera, aber dann hat es sich mit ergeben, also Film- und Fernsechwissenschaft zu studieren an einer Filmbrötigschule in Babelsberg in Potsdam. Also doch ein bisschen in eine andere Richtung, aber hat ja alles mit Film zu tun. Und das war im Prinzip für mich sehr spannend, also weil ich war da auch nicht so ganz unvorbereitet. Also meine ersten zwei Bücher, die hatte ich, glaube ich, mit zwölf, vierzehn, also in diese Fachrichtung bekommen. Also die Schicht der Dramaturgie und so weiter, das fand ich schon ein spannendes Thema. Und bei diesem Studium, also Diplom Film- und Fernsechwissenschaftler, das hatte mehrere Bestandteile. Das eine war Drehbuchentwicklung, Stoffentwicklung für Spielfilme, das andere Geschichte der Dramaturgie, also klassische Dramaturgie von Aristoteles bis zur Gegenwart. Und der Hauptbestandteil war eben Medienanalyse und zwar immer unter dem Aspekt Gesellschaft, Ideologie. Und wie wirkt sich das Wesen der jeweiligen Gesellschaft, die ja einen ideologischen Überbau immer hat, jede Gesellschaft, auf speziell Film und Fernsehen aus? Oder als es noch kein Fernsehen gab, eben nur Film und davor eben Theater und so weiter. Also wie wird diese Ideologie umgesetzt in künstlerische Stoffe? Also wie äußert sich das? Okay, also das ist der handwerkliche Umsetzung sozusagen. Aber du hast ja in den 80er Jahren angefangen zu studieren und warst dann auch lange Zeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, hast also sozusagen die ganze Wendezeit dann auch mitgemacht. Hast du da gespürt, innerhalb dieser Medien, wie es zu einem Wandel kam, wie plötzlich Inhalte dann doch anders dargestellt werden mussten, weil dieser gesellschaftliche Überbau, wie du immer so schön sagst, ein anderer geworden war? Naja, also so richtig bewusst eigentlich nicht. Also hier war ja so eine ähnliche Situation, wie wir in Russland in den 90ern sahen. Also man musste ja erst mal sehen, dass man irgendwie fußpasst und überlebt. Also da stand das nicht so im Vordergrund. Also für mich war da erst mal wichtig zu arbeiten und das war eben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da hatte ich ja Themen, die meistens so, also einerseits Kultur und dann auch Soziales. Und da ist mir das noch nicht so bewusst geworden. Also Kulturgeschichte ist Kulturgeschichte. Da war die Beeinflussung auch noch nicht so massiv, wie sie heute ist. Und naja, wie gesagt, also das war mir nicht, also am Anfang nicht so richtig präsent. Weil ich war ja in so einer Situation, wo man sagt, wie soll ich das sagen, ich gehörte ja zu denen, die jetzt nicht zusammengebrochen sind, weil der DDR nicht mehr da war oder tief unglücklich, sondern ich war ja in der Endphase der DDR in so einer Situation, wo ich mir sagte, also langsam reicht's. Und insofern war ich ja auch neugierig und fand das spannend und die neuen Umstände. Und jetzt kannst du dich mal in das Auto setzen, nach Südfrankreich fahren. Also war jetzt erst mal nicht so präsent, dieses Thema. Also das war kein Trauma jetzt für dich, ne? Was mit der? Mit der Wende. Mit dem Anschluss? Ja. Okay. Also ich weiß nicht, was das für eine Wende ist, aber jedenfalls war nicht traumatisch. Der Volksmund sagt ja Wende, du sagst Anschluss. Naja, der Volksmund ließ, das wurde dem Volksmund suggeriert, dass er das sagt. Das ist keine Erfindung. Ja, das ist ja ureigenstes Medienhandwerk, die Suggestion, ne? Ja, genau. Genau, okay. Aber dem schließe ich mich ja nie an. Alles klar, deswegen sind wir heute bei dir. Jetzt warst du aber lange Jahre doch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bist du noch oder bist du nicht mehr? Ne, da habe ich mich verabschiedet. Du hast dich verabschiedet? Ich habe mich verabschiedet. Okay. Und dann warst du ja auch noch in der Lehre, in der Hochschullehr. Ja. Sag mal zwei Worte dazu. Naja, also da war ja irgendwie eine Lücke. Also wenn man jetzt nur noch Filme macht und eigentlich Filmwissenschaftler ist, dann fehlt das. Also wie kann man es umsetzen? Wie kann man sich damit beschäftigen? Wie kann man auch andere da teilhaben lassen? Und deswegen kam ich darauf, dann eben nicht nur Filme zu produzieren, sondern auch dieser Filmwissenschaft weiter nachzugehen. Und deswegen hatte sich das entwickelt, eben so an verschiedenen Hochschulen Lehraufträge zu übernehmen, Seminare zu machen und so weiter. Also weil ich das spannend fand. Für mich auch. Ja. Also man lernt ja selber auch nochmal dazu, verarbeitet das nochmal alles, entwickelt sich da weiter in den Erkenntnissen. Und dann eben auch so, war für mich ja auch spannend, so Diskussionen mit Studenten. Ja, also was kommen denen für Fragen, was ist denen nicht klar? Wie verstehen die was, was ich eigentlich ganz anders verstehe? Also so diese gegenseitige Geben und Nehmen, das hat mich in der Beziehung da auch weiterentwickelt, was Filmanalyse, Medienanalyse, Gesellschaftsanalyse und Filmwissenschaft angeht. Also fand ich sehr spannend. Achso, nee, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Und das machst du ja heute noch, hier in diesem Rahmen. Ja, aber da ist, das ist dann eben keine Hochschullehre mehr, sondern für Interessierte, also auch so aus dem weitläufigen Personenkreis. Das ist so für mich auch, naja, wie so eine Art veranstalteter Weiterbildung. Also dass man sagt, wir sehen uns jetzt Filme an aus Russland, aus Amerika, aus Deutschland, aus, keine Ahnung, Japan und gucken mal, was steckt denn da dahinter? Also was ist die Intention, die Botschaft, wie wird es umgesetzt und so weiter? Also so ein, ja, freiwillig, privates Seminar von Medientheorie, so vielleicht Medienanalyse. Okay, ja gut, jetzt hast du ja auch schon ein gewisses Alter, eine gewisse Erfahrung und den alten weißen Männern heutzutage wird ja alles Mögliche unterstellt, nur eben eins nicht, was immer der Fall war, nämlich Erfahrung. Ja, so. Und von deinen Erfahrungen wollen wir natürlich auch ein bisschen zehren. Du hast dich toll auf dieses Gespräch vorbereitet und ich will einfach deinen Faden auch aufnehmen, weil es ergeben sich ja da ganz viele, ganz prinzipielle Parallelen, ja, über gewisse Zeitabschnitte, die dann auch in den Medien zu finden sind. Deine Filmproduktion über die Vorkommnisse in der Ukraine mit dem westlich lancierten und unterstützten, motivierten, wie auch immer, Regierungsputsch und Umsturz, ja, der wird ja in den breiten Medien, also ich sage jetzt mal, die breiten, die Mainstream-Medien immer als Annexion der Krim und die friedliebenden Demonstranten und sowas dargestellt. Wie war es denn wirklich? Da muss man glaube ich noch davor schicken, dass ich ja eigentlich eine relativ enge Beziehung zur Ukraine und konkret zur Odessa habe, also das hätte sich Ende der 80er Jahre entwickelt, weil ich da eben Schicksal von einem deutschen Kommunisten nachgegangen bin, also in einer vor-Ort-Recherche, auch in den Archiven in Odessa, der verhaftet wurde und verschwunden war. Und die Angehörigen, die noch leben, die wollten nur über die ganzen Jahrzehnte wissen, was ist denn aus dem Vater, aus dem Großvater geworden? Und das fand ich auch eine so spannende Angelegenheit, immer mit dem Hintergedanken natürlich dann auch einen Film draus zu machen. Also man macht das ja nicht bloß aus Spaß und Langeweile, weil man was zu tun hat, sondern das muss ja auch am Ende was bei rauskommen. Dann kam dann auch eine Schichtsdoku für ein MDR und naja, so hat sich das entwickelt. Wenn man so eine vor-Ort-Recherchen macht, man lernt Leute kennen, der Bekanntenkreis erweitert sich, man ist vertrauter mit der Umgebung und so weiter, also auch mit Kollegen. Und dadurch hatte ich, als das passierte mit dem Maidan und später mit Odessa, ja fast wie eine persönliche Beziehung dazu. Also ich war ja sozusagen mitbetroffen, weil das ja auch Freunde und Bekannte von mir betraf. Und dadurch hat man einen völlig anderen Zugang als Fernsehzuschauer, der nur diese drei Meldungen da hört, die da über den Bildschirm flimmern von irgendwelchen friedlichen Demonstranten. Und dazu kam dann noch, als das losging auf dem Maidan, rief mich ein Kollege aus Odessa an, ein Produktionsleiter, der sagte, hast du nicht gehört, auf dem Maidan, da ist was los, da ist Revolution, wollen wir da nicht einen Film drüber machen. Und da haben wir ins Team, ein Kamerateam geholt aus Odessa und die haben praktisch vom allerersten Tag, wo sich die Studenten sammelten und dann zum Maidan zogen, Ende November, bis zum allerletzten Tag, jeden Tag gedreht auf dem Maidan, aber eben nicht nur wie ARD und ZDF auf dem Maidan, sondern auch ringsrum auf der anderen Seite in Regierungsgebäuden und so weiter, also dass man da ein Komplettbild hat. Und als ich dann so die ersten Meldungen gesehen habe und die Art der Berichterstattung und dazu das Material verglichen habe, was wir da haben, habe ich gesagt, reden die jetzt über dasselbe? Das hat doch irgendwie alle ja nichts mit dem zu tun, was da passiert. Friedliche Demonstranten, die zwei Dutzend Polizisten bestialisch ermordet haben? Also ich weiß nicht, was daran friedlich ist, möchte ich mal hier erleben, wenn Demonstranten zwei Dutzend Polizisten abfackeln, mit Molotow-Cocktails erschießen, erschlagen. Ich weiß nicht, ob man da von friedlichen Demonstranten reden würde, aber gut, das müssen die Herren Kollegen da von ARD und ZDF mit ihrem Gewissen ausmachen, was sie da berichtet haben. Also ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, aber manche Ener hat vielleicht auch Kienz, das weiß man nicht so genau. Okay, und ihr dürft seinen Film durchaus mal googeln oder anschauen und einfach vergleichen von dem, was ihr bisher quasi so wahrgenommen habt, wie ihr bisher die Entwicklung in der Ukraine auch wahrgenommen habt und das, was eben er produziert hat und dafür auch ausgezeichnet wurde. Und möglicherweise wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Und dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger am Punkt, glaube ich, wo Medienanalyse anfangen muss. Aber du stellst es ja in einen größeren gesellschaftlichen Kontext. Und einen Kontext, der schon ein paar tausend Jahre zurückgeht. Ja, weil man kann ja Medienanalyse nicht von der Gesellschaft trennen. Also ich hatte es ja, glaube ich, vorhin angedeutet, dass Gesellschaften ja einen gewissen Charakter haben. Und seit Jahrtausenden werden Gesellschaften immer von Eliten dominiert. Also Machteliten, Eigentumseliten und so weiter, die machen ja maximalen Prozent der Bevölkerung aus. Und die müssen ja nun seit Jahrtausenden schon immer ihren Bevölkerungen verklickern, dass das alles völlig rechtens super und geil ist, was da passiert und dass sie sich bereichern und das folgt nicht. Und dafür braucht man eben die passende Ideologie, wo denn am Ende der begeisterte Mensch also in den Krieg zieht, sich totschießen lässt, damit irgendein Industriekapitän noch mehr Kohle verdient. Also ich meine, das muss man erst mal hinkriegen. Das schafft Propaganda. Das ist heute nicht anders als vor 3000 Jahren. Und insofern finde ich das ein spannendes Feld. Aber das bedarf natürlich auch einer großen Recherche. Also weil du ja nach der Krimi gefragt hast. Also da muss man ja dazu sagen, das kann man als Zuschauer ja nicht gleich verifizieren. Wie soll das gehen? Also man kann ja nur hören, was da passiert. Und für mich hat das ja, als ich gemerkt habe in dem ersten Ansatz, dass da irgendwie das völlig voneinander unterschiedlich ist, was erzählt wird und was ich an Material habe, hatte das zur Folge, dass dann so die Idee zu neuen Filmprojekten entstand. Also zum Beispiel mit Massaker in Odessa, was hier völlig tabu ist. Kein Mensch kennt das, nie was von ihr hört. Und auch zur Krim. Und da war für mich ja der erste Punkt, nämlich der, von dem wahrscheinlich hier die Qualitätsjournalisten noch nie was gehört haben. Das nennt sich vom Begriff her Recherche. Also man informiert sich erst mal, was überhaupt los ist. Und das nicht aus der Bild-Zeitung, sondern aus Primärquellen. Das heißt, ich habe im Zusammenhang mit der Krim, mit Odessa, mit dem Donbass, mit Leuten gesprochen, die vor Ort waren, Interviews geführt, Zeitzeugen, Beteiligte, Material studiert. Also zum Beispiel die Pamphlete dieser ganzen faschistischen Organisationen. Die haben ja eigene Pamphlete, politische Ziele. Da steht ja immer drin, Krim, Krim, ukrainisieren und so weiter. Und daraufhin konnte ich mir erst überhaupt ein Urteil bilden, was da passiert ist und wie das hier dargestellt wird. Okay, aber das kommt jetzt bei mir so an, so nach dem Motto, als du während den Maidan-Umstürzen euer Material mit der westlichen Berichterstattung verglichen hast, das war so ein Auslöser, wo du sagst, hier stimmt ja was nicht, was ist hier los. Davor war es noch nicht so ausgeprägt, dieses Misstrauen? Nee, eigentlich nicht, weil wie gesagt, ich hatte ja hauptsächlich solche Sachen gemacht wie Sozialreportagen und so weiter und habe mich noch nicht so intensiv mit der politischen Berichterstattung beschäftigt. Das war noch nicht so mein Hauptthema. Aber sag mal, das ist jetzt für mich spannend, weil das ist doch etwas, was viele Leute auch in der heutigen Zeit durchaus wahrnehmen können. Die sagen, ich sehe hier keine Leichenberge und trotzdem wird uns ständig Angst gemacht. Irgendwie komisch alles. Also dieser Vergleich zwischen dem, was man selber wahrnimmt und dem, was in den Medien kommt, was hat denn das damals mit dir gemacht? Hast du an dir gezweifelt? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Man darf durchaus seinen eigenen Sinnen trauen. Naja, ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann. Das hat ja mit der Vorbildung zu tun. Das heißt, wenn ich mir eine Fernsehsendung ansehe und gerade eine Nachrichtensendung, also egal, ob in Spanien, Russland oder Deutschland, dann ist das ja für mich, das hat ja mit der Fachkompetenz zu tun, ja wie ein aufgeschlagene Buch. Also ich sage, ah, hier manipulieren sie, aha, hier wird gelenkt, aha, hier wird was weggelassen. Also insofern, wie soll ich denn sagen, habe ich ja einen völlig anderen Betrachtungswinkel auf sowas als der normale Zuschauer, der ja aufgrund, ich denke, auch mangelnder Medienkompetenz ja nicht einordnen kann, was da passiert. Okay, und genau an dem Punkt wollen wir heute ein bisschen arbeiten, Medienkompetenz. Jetzt bist du losgezogen und hast diese Vorkommnisse in Odessa, insbesondere mit diesem Gewerkschaftshaus, das abgefackelt wurde, inklusive Insassen, hast dich damit beschäftigt. Was wissen denn die normalen Menschen hier, die bloß ARD und ZDF konsumieren, eben über diese Vorgänge? Kann man ganz klar sagen, nichts. Nichts? Überhaupt nichts. Okay. Was ist tatsächlich dort passiert? Also der Anfang war ja, es wurde drei Tage lang darüber kurz in Nachrichten berichtet. Das war am 2. Mai, am 3. Mai, am 4. Mai. Am 2. Mai, als ich das hörte, war ich erst natürlich selber total schockiert. Mein Odessa, meine Bekannten, da ist sowas passiert, war erst mal ein bisschen durch den Wind. Und was mir auffiel, der Informationsgehalt war so gering. Wobei der bei der ersten Nachricht noch dicht dran war. Also da wurde gesagt, pro Russen, pro Ukrainer, was eine völlig falsche Bezeichnung ist. Das waren Maidan-Aktivisten, wenn wir es so bezeichnen wollen. Und Anti-Maidan-Bewegung, dieser Begriff ist hier auch völlig unüblich, wird nie gesagt, Anti-Maidan und nicht pro Russen. Aber na gut, die Verleumdung fängt bei Wörtern an. Dass also die pro Ukrainer, pro Russen ins Gewerkschaftshaus getrieben hätten und dort wären die umgekommen. Das war ja ganz dicht an der Wahrheit. Nur die Berichterstattung änderte sich beim nächsten Tag schon völlig. Und am dritten Tag, da war das auf einmal ein pro russischer Mob, der da sein Unwesen getrieben hat und eine angeblich russische Geheimdienst-Operation. Also es drehte sich völlig ins Gegenteil. Die Opfer waren auf einmal Täter. Und nach dem dritten Tag wurde überhaupt nicht mehr von berichtet. Also denke mal, so wie ich es dann auch später erlebt habe in Gesprächen in Redaktionen, weil man dann gemerkt hat nach drei Tagen, mit dem Thema kann man keine Blumen gewinnen. Das ist so ein Verbrechen von Faschisten, die promotet, unterstützt, finanziert, ausgebildet wurden vom Westen, dass man damit keinen Blumentopf gewinnen kann. Also lassen wir lieber typische Propagandamitte schweigen, totschweigen. Aber innerhalb von drei Tagen hat sich das Blatt von auf dem Bauch liegend, auf dem Kopf stehend und dann auf dem Rücken liegend gewendet. Ja, also komplette Wende. Aber das habe ich oft erlebt, bei der Krimp-Berichterstattung, Donbass-Berichterstattung. Ich habe das oft erlebt, dass die allererste Meldung noch relativ dicht an der Wahrheit war. Und dann hat man richtig so gespürt, danach Redaktionssitzung, so nicht genossen, Volksgenossen oder wie es ich wäre. Und das müssen wir anders machen. Aber war es nicht bei 9-11 auch so? Die erste Meldung war, es gab eine Explosion im World Trade Center. Und dann... Also ich muss sagen, der Tag nicht so intensiv verfolgt. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Okay, ist auch gut so. Auf jeden Fall gab es ein Echo aus dem ARD-Programmbeirat. Das war auch bezeichnet. Ja, das fand ich sehr spannend. Das ist aus meiner Sicht ein epochales Ereignis in dieser westdeutsch geprägten Bundesrepublik. Und zwar sind scheinbar die Zuschauer doch nicht so blöd, wie die ARD und ZDF denkt. Es gab tausendfach massive Proteste schon während des Maidans gegen diese Berichterstattung. Weil die Leute gemerkt haben, ihr wollt uns wohl verarschen. So kann das doch nicht sein. Und das nahm solche Ausmaße an, dass also der Programmbeirat der ARD als oberstes Aufsichtsgremium für diese Inhalte, die da gesendet werden, beschlossen hat, der Sache gehen wir mal nach. Das heißt, die haben Dutzende von Sendungen aus dem ganzen Spektrum, Nachrichten, diese Gesprächsrunden, Reportagen und so weiter, Sondersendungen, Magazinsendungen analysiert, um festzustellen, ist da was dran. Und kamen dann im Juni 2014 zu einem, wenn man sich fachlich mal durchliest, diese Pamphlet, zu einem völlig vernichtenden Urteil. Also sowas hat es, glaube ich, in der ganzen westdeutschen Fernsehgeschichte noch nicht gegeben. So ein vernichtendes Urteil, wo, wenn man das jetzt aufs Wesen konzentriert, was sie da geschrieben haben, haben sie eigentlich klar alle Punkte abgehandelt, die typische Kriterien für ideologisch-politisch-ideologische Propaganda sind. Das heißt, die haben nachgewiesen, dass ARD in der Ukraine und Russland Berichterstattung und Propaganda betreibt, ohne das Wort zu benutzen. Wurde davor oder danach irgendein anderer Anlass auch mal für so eine Überprüfung zum Anlass genommen? Das ist ein Problem, was man eigentlich nicht beantworten kann, weil in dieser völlig transparenten westlichen Gesellschaft ist es ja so, dass der Programmbeirat der ARD ist ein Beratungsgremium und das, was der macht, ist intern. Das heißt, das ist so geregelt. Das heißt, man erfährt normalerweise überhaupt nicht, was die da bereden, was, wie, wo, weil, naja, ich weiß nicht, also weil können wir uns jetzt denken. Und dass das überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist nur, weil irgendjemand, ich weiß nicht wer, durchgestochen hat. Sonst hätte man da nie was von erfahren. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn jetzt nachgewiesen wurde, selbst durch den Programmbeirat, dass es sich da um quasi Propaganda handelte, auch wenn man es jetzt so deutlich nicht sagt, aber sachlich von den Fakten im Prinzip aufs Gleiche rauskommt. Deswegen bekommen wir jetzt keine Gutschrift von GEZ-Gebühren oder so. Nee, kann ja nicht, weil, ich habe ja gesagt, es ist ein beratendes Gremium und gleiche Kritik wurde auch im ZDF geübt. Und bei beiden Chefs oder Chefetage war die völlig identische Reaktion. Also man kriegt dieses Ding, schiebt es weg und sagt, stimmt, nee, und Fall erledigt. Achso, ja gut, aber jetzt gibt es ja auch noch die privatrechtlichen Medien, RTL und was weiß ich, wie die alle heißen. Aber die haben doch meiner Meinung nach genauso berichtet. Wie kann denn das sein? Hm, das ist eine gute Frage. Da muss man wieder in die Geschichte der ganzen Entwicklung der Medien in der Bundesrepublik gucken. Also bei den Privaten lässt es sich zum Beispiel auch relativ einfach beantworten. Das hängt im Grunde mit den Besitzverhältnissen und den Besitzern zusammen. Also die absolut überwiegende Mehrheit aller Privatmedien in dieser westdeutschen Bundesrepublik, was ich nicht ganz grundlos sage, Zeitung, Rundfunk, Privatsender, liegt eigentlich in Händen von einer Handvoll westdeutscher Medienoligarchienfamilien. Und das sind Familien, die teilweise auch lange Traditionen haben. Also da gibt es auch welche, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, die ihre Geschäftsmodell, Medientraditionen als Verleger und so weiter. So, und bei allen diesen Familien, es sind westdeutsche Familien, Familien, es sind Familien, die im Dritten Reich überhaupt nicht durch Widerstand aufgefallen sind. Ganz im Gegenteil, da waren stramme NSDAP-Genossen darunter, die teilweise von Arisierungen profitiert haben, wovon sie heute noch zehren, das war der Grundstock ihrer Entwicklung, ist ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg nie rückgängig gemacht worden. Und die auch dieser Ideologie anhängen, also dieser damals der faschistischen Ideologie, heute dieser modifizierten Form von westlichen Werten angeblichen oder Unwerten, also man könnte vielleicht Unwerte sagen. Darüber müssen wir sowieso nochmal sprechen. Und das wirkt sich aus und dadurch hat man also in Privatmedien einen uniformen Gleichklang der Sichtweisen und das ist in diesem so genannten öffentlichen rechtlichen so ist, wo man eigentlich auch unrechtlich sagen müsste, hängt ja damit zusammen, dass es gibt zwar einen Programmauftrag, der immer wieder in den neuen Medienverträgen wiederholt wird, auch jetzt im neuen Medienvertrag, vorher waren es ja Rundfunkstaatsverträge, überall stehen die drin, nur was seit dem allerersten Vertrag in 15 Jahren fehlt in allen Nachfolgeverträgen sind Ausschlussklauseln. Das heißt, es steht nirgendwo, da gibt es so ein paar Grafen ja nicht, was passiert, wenn die sich da nicht dran halten. Da passiert gar nichts. Ach so, das ist also so, wie wenn jetzt die Stadt sagt, hier auf der Straße ist nur 50, Auto darfst du auch schneller fahren. Ja, und nichts passiert. Ja. Weil es gibt keine Strafe dafür. Okay, die können also machen, was die wollen. Ich sage immer Nahenfreiheit, der Krieg immer böse, kann man nicht so sagen, aber ich meine, wie soll ich das sonst bezeichnen? Ja, ich glaube es ja auch nicht. Also jetzt nochmal an unsere Zuschauer. Unser Eingeschenkt-TV-Format, das gibt es noch keine 100 Jahre, auch noch keine 50. Insofern sind wir ziemlich unschuldig und ihr dürft uns natürlich gerne was spenden. Ja, und an dieser Stelle vielleicht auch, ja gut, wir werden ja nicht durch Werbung finanziert und sowas, ja, sonst würden wir uns auf andere Art und Weise abhängig machen. Bloß diese Entscheidung hat uns ja YouTube zum Beispiel abgenommen. Und jetzt haben wir natürlich folgende Problematik, bei der Ukraine-Geschichte. Hattest du ja gesagt, so nach dem Motto, es gab einen Aufschrei, es gab aus dem Publikum und so weiter. Heute finde ich, müsste dieser Aufschrei ja noch viel lauter sein, aber die haben überall die Kommentarfunktion gesperrt. Was hältst du davon? Ja, das Problem ist ja, ich habe ja von dieser übergeordneten Ideologie und von der Herrschaft dieser Eliten gesprochen. Das Problem ist, dass man ja seine Herrschaft nur bewahren kann, wenn man die Hoheit über die öffentliche Meinung behält. Das ist ja so eine Grundvoraussetzung. Also wenn da so andere Störfaktoren kommen, die die Meinung zu Ungunsten dieser Eliten verändert, denn Existenzängste, Gottes Willen, wir werden unsere Kohle los und die Bevölkerung hat am Ende was von unserem Geld, das können wir nicht riskieren. Das heißt, man muss die Oberhoheit über die Medien behalten und alles dafür tun, dass das so bleibt. Und wenn jetzt irgendjemand, der vielleicht gar nicht politisch belastet ist, einfach nur mal so aus Neugier zum Beispiel in diese Kommentarspalten guckt und Kritik, 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 könnte der ja vielleicht auf den Einfall kommen, vielleicht ist da was dran. Um Gottes Willen. Also weglassen, sperren, löschen, Feindsender löschen. Früher stand da eine Todesstrafe drauf. Auf Hören von Radio Moskau und BBC. Löschen, Feindsender, nicht angucken, bedroht die Meinungsfreiheit. Ja, also da kann ich nur sagen, da muss jemand mächtig in der Ecke getrieben sein, wenn der zu solchen Mitteln greift. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja gut, ich sage jetzt mal, im öffentlichen Fernsehen oder auch im Privatfernsehen findet man ja eigentlich tendenziös immer bloß noch eine Einheitsmeinung. Die andere Meinung ist nicht da, die Kritik ist auch nicht da. Die könnte sich höchstens im Internet irgendwo manifestieren. Ja. Und da sehen wir ja auch schon, dass YouTube und Facebook und WhatsApp und was weiß ich wahre Löschorgien im Auftrag des Staates vollführt. Ja. Siehst du diese letzte Möglichkeit der alternativen Aufklärung und der Kommunikation in Gefahr? Im Moment wird ja auch schon über Telegram diskutiert. Ja, noch sicher ist das gefährdet. Also ich denke, da ist eine Gefahr, weil, wie gesagt, da steckt ja diese Motivation hinter. Wenn ein ganzes Gesellschaftssystem und seine Eliten das als zunehmende Bedrohung empfinden, dann lassen die das doch nicht laufen. Und wenn das noch massenwirksam wird und Leute erfasst und Kritik schürt, dann muss man doch was unternehmen. Ja, ich verstehe das schon aus Sicht dieser Leute. Aber gibt es nicht sowas wie freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit? Wo? Hier. Ich denke, im Grundgesetz steht da ein bisschen was drauf. Da steht so viel. Okay. Papier ist iduldig. Das ist auch so, wie nach dem Motto, man darf dagegen verstoßen und wenn, dann gibt es keine Strafe. Ja. Ja, okay. Muss man nicht so wörtlich. Lassen wir es mal auf diesem Ding. Allerdings ist es natürlich sehr schädlich für eine Demokratie. Was für eine Demokratie denn? Ja, das ist ja die Frage. Gibt es eine Demokratie? Werden die Wahlen manipuliert oder werden die Wähler manipuliert mittels der Medien? Ja, ich muss da mal einschieben. Ich bin ja Analytiker und Wissenschaftler. Also wenn ich so einen Begriff schon höre, Demokratie, frage ich mich dann immer gleich, wovon ist denn eigentlich die Rede? Das ist denn, wenn, genauso was mir höllisch auf die Ketten geht, wenn diese Größenwahnsinnigen EU-Politiker ständig von Europa reden. Die EU hat 40 Prozent des Territoriums von Europa. Der größte Flächenstaat Europas ist Russland. Und die reden nicht immer Europa. Sag ich, hallo, guckt mal aus dem Fenster, guckt mal in Atlas, wovon redet ihr, Größenwahnsinnigen. Und genauso verhält sich das mit solchen Sachen. Demokratie ist, glaube ich, ein völlig ungeeigneter Begriff, weil der suggeriert Volksherrschaft von einer Wortbedeutung. Und das haben wir doch ja nicht. Wir haben eine parlamentarische Demokratie. So viel Zeit muss schon sein. Wir haben keine Demokratie, wir haben eine parlamentarische Demokratie. Das ist was völlig anderes. Steht zwar im Artikel 20 Grundgesetz anders drin, aber du hast ja gesagt, hält sich keiner dran. Ja, ist ja wurscht. Also was da steht, ist ja wurscht. Wen interessiert das? Also nur so eine Nörgler vielleicht. Na gut, dann bin ich halt Nörgler jetzt. Dann sind wir jetzt Nörgler. Also wir nörgeln jetzt mal. Okay, wir nörgeln. Und da sind wir nämlich zum Beispiel ganz dicht an dem ganzen Thema, über das wir heute reden. Die parlamentarische Demokratie ist dadurch gekennzeichnet, dass der Souverän seine Macht sozusagen delegiert an Parteien, die seine Interessen wahrnehmen sollen, die im Parlament seine Interessen wahrnehmen sollen, die Gesetzgebung und so weiter. So, aber die Grundvoraussetzung, dass der das als Münjer Bürger überhaupt machen kann, ist, dass er gut informiert sein muss. Vollständig, wahrheitsgemäß. So wie es im Programmauftrag von ARD und ZDF steht, was die alle nicht gelesen haben. So, und wenn der nicht informiert ist, sondern meinungsmanipuliert ist und falsch informiert ist, dann wählt der auch die falschen Leute. Das Ergebnis haben wir jetzt. Und insofern stellt sich dann die Frage, was das denn bitte mit Demokratie zu tun hat. Wenn der Bürger nicht in der Situation ist, und das war zum Beispiel der Schlusssatz von diesem Bericht vom ARD-Programmbeirat, da kam zum Schluss der Satz, mal so sinngemäß, ich formuliere es mal mit meinen Worten, dass wenn ein ARD-Zuschauer über diesen Berichtszeitraum, also von Januar bis Mai 2014, selbst wenn er sämtliche Sendungen gesehen hätte, alle Formate, Nachrichten, Reportagen, Sondersendungen, alles, ist er mit diesen Sendungen, mit diesen Berichten überhaupt nicht in die Lage versetzt worden, sich ein annähernd reales Bild von der Situation in der Ukraine zu machen. Und das hat doch enorme Auswirkungen auf diese, was hier immer so lapidar als Demokratie bezeichnet wird. Ja gut, und so ein Wähler schreitet dann zur Wahl. Du hast gesagt, das ist die Regierung, die eigentlich auch die falschen Leute. Gibt es überhaupt, oder gab es überhaupt die Richtigen zur Auswahl? Also so richtig fällt mir da noch ein, muss ich sagen, und das ist ja eigentlich das Beängstigen ja dabei. Also wenn man überhaupt von einer Wende reden kann, ich rede jetzt nicht vom Anschluss, sondern von der Wende in einer gesellschaftlichen und medialen Entwicklung, setzte ja eine Wende zu dem gleichen Zeitraum ein, als der Anschluss passierte, in dem man sich als allererste der Konkurrenz entledigt hat. Das heißt, die ganzen Medien zum Beispiel in Ostdeutschland, die wurden ja alle sofort an diese, ich hätte ja beinahe gesagt Altnazifamilien, also jedenfalls wurden privatisiert, wurde in Westhand gelegt. Das DDR-Fernsehen, was dann großen Wandel vollzogen hatte, also was sich von dieser Indoktrinierung gelöst hat und im demokratisierten Fernsehen wurde, abgewickelt, abgeschafft, alles beseitigt. Das heißt, also auch im Westen passierte übrigens genau dasselbe, weil da waren ja sehr viele linke Verlage und so weiter, kritische Zeitungen. Ich war selber auf der Abschlussfeier von der Wahrheit, das war diese Zeitung der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlin, weil die stellte denn ihr Erscheinen ein, weil das wurde ja teilweise in der DDR gedruckt, auch finanziert und so weiter. Das heißt, diese Bereinigung, die betraf ja nicht nur den Osten, die betraf auch den Westen. Das heißt, auf einmal hat man auf einer Situation in den Massenmedien, die vor 1990 nicht existiert hat, auch im Westen nicht existiert hat, die ideologisch völlig uniform war. Also so eine Art wie Gleichschaltung. Der Begriff ist falsch. Der Begriff ist falsch. Da geht es zu weit. Nee, der ist inhaltlich falsch. Inhaltlich. Weil die Gleichschaltung im Dritten Reich, die passierte von oben. Da war also dieses Reichsministerium für Volksverklärung und Propaganda zuständig, die Reichskammern für Schrifttum und so weiter und so weiter, Reichsfilmkammer, die kamen von oben. Und hier passierte ja diese Gleichschaltung nicht von der Politik und nicht vom Staat, sondern vom Staat insofern mit der Änderung der Eigentumsverhältnisse. Also dass man die ostdeutschen Zeitungen für den Appel und den Eil westdeutschen Eigentümern in Rachen geworfen hat. Aber diese ideologische Uniformität, die kam ja eigentlich von den Eigentümern, von den Netzwerken und so weiter. Also nicht vom Staat. Also insofern, man muss da glaube ich auch immer an so den Begriffen aufpassen. Also wenn wir zum Beispiel über diese Sache reden, Programmbeirat und dieses Wegwischen der Kritik in den Leitungsetagen, da ist wieder mal so eine Situation, die ich ständig erlebe, Déjà-vu. Déjà-vu. Schon mal gesehen. Ja, und zwar folgendes, das muss ich noch ein bisschen dazu sagen, wir hatten das ja so schnell beendet mit der Filmhochschule vorhin. Der Inhalt einer Ausbildung ist das eine, die Qualität ist eine andere. Also wer lehrt da? Und zu meiner Zeit an der Filmhochschule waren wir da mit Lehrkräften ausgestattet, die in ihren einzelnen Fachrichtungen wirklich absolute Wissenschaftsspitze der DDR waren. Also zum Beispiel wurde zu meiner Zeit Lothar Biski, Rektor, der war ja erst Chef vom Jugendforschungsinstitut in Leipzig, war also bestens informiert über die Stimmungslage der Jugend in der ganzen DDR und war dann am Ende Institutschef vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Das heißt, der war über die gesellschaftliche Situation in der DDR bestens informiert auf hohem wissenschaftlichen Niveau. Sein Fehler war, so ähnlich wie heute, man sollte immer nicht zu deutlich und zu offen und zu ehrlich reden. Das wurde ihm dann zum Verhängnis und da gab es ja über Jahrzehnte die Berufsverbotspraxis in der DDR und davon haben wir an der Filmhochschule enorm profitiert. Also der wurde abgesägt, wurde Rektor an der Filmhochschule. Helmut Hanke, die Lichtgestalt der Kulturwissenschaft in der DDR, der nur vor den auserlesensten Kreisen seine Vorlesungen gehalten hat, der jahrelang zu keinem Vortrag an der Filmhochschule zu kriegen war, weil ihm das eigentlich zu publisch war, der war auf einmal kleiner Dozent in so einem Raum wie den bei sechs Studenten, weil er genauso im Zusammenhang mit Biski abgesägt wurde. Also wir haben Koryphäen gehabt, die waren unglaublich und einer davon, und da schließt sich der Kreis zum Programmbeirat, war, ach, der zeigt den Namen jetzt gerade nicht parat, aber vielleicht fällt er mir noch wieder ein, also die Fachkraft für Massenkommunikation, ja, und, ach, Heinz Kalabes, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Heinz Kalabes, der war davor zum Beispiel Professor an einer Gewerkschaftshochschule in Bernau und ist im Laufe seiner Karriere zweimal im Professorentitel losgeworden, weil er ein grandiose Analyst war, aber das auch gesagt hat, was er da rausgefunden hat. So, und der wurde dann endgültig abgesägt und war dann ein kleiner Dozent bei uns an der Filmhochschule für Massenkommunikation. Und der gehörte eben auch zu den Leuten, die dadurch nicht gebrochen wurden. Und was macht der Mann? Der stößt ein Forschungsprojekt an, an der Filmhochschule, was dann über zwei Jahre auch bis zu Ende geführt wurde, mit dem Thema aktuelle Kamera, Berichterstattung der aktuellen Kamera, wie, was wird da berichtet und wie sieht das im Vergleich zur DDR-Realität aus? Ach so, okay. Das war sehr spannend. Also so ein Forschungsprojekt, Tagesschau, Tagesthemen, heute schon, kann ich nur empfehlen, Leute, analysiert mal tiefgründig, wie die reale Situation in der Welt und in der Gesellschaft in Deutschland ist und im Verhältnis zu dem, was da berichtet wird. Und dann passierte Folgendes, der war... Das könnte man heute genauso nochmal machen. Und das ist ja auch der Vergleich zu dem, über den rede ich ja im Prinzip. Also er hat ja diesen Bericht fertig, dann versuchte man ewig irgendwie Leute zum Fernsehen an die Filmhochschule zu kriegen, um denen das zu übergeben. Ich weiß nicht, nach ein oder zwei Jahren, je lang es denn, dass da wirklich mal einer kam und dann saßen die da vorne im Präsidium, große Versammlung, Studenten, Dozenten, Saalrammel voll und der Wortführer vom Fernsehen, der Parteisekretär vom Fernsehen, in der DDR. Kalawis sagt also, hier, Forschungsprojekt, tralalalala, darüber haben wir gemacht, ist abgeschlossen, zwei Jahre Arbeit, hier hast du. Drückt dem das Ding in die Hand am Präsidium, was macht der Kerl und guckt das nicht mal an, schiebt das so beiseite und labert dumme Zeug. Und da fiel mir an, Programmbeirat, Intendant der ARD, völlig identische Verhaltensweise. Brückt mir so, was ist denn hier in dem Land los? Das hatten wir doch alle schon mal. Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber sie reimt sich, ne? Hm, so ungefähr. Okay. Jetzt haben wir mal einen ganz großen Bogen. Oh je. So, du hast gesagt, seit 3000 Jahren funktioniert das immer gleich. Die Mächtigen und die Eliten, die müssen im Prinzip, um sich bereichern zu können, das Volk natürlich anders informieren, damit die das tolerieren und ruhig bleiben. mitmachen. Mitmachen. Und dazu natürlich die entsprechende Wortwahl, die entsprechende Kommunikation, das nennst du gesellschaftlichen Überbau. Was denken die Leute? Ideologischen Überbau auch. Ja, okay. Du hast es ziemlich konkret hier in der Vorbereitung mit der Elite im Dritten Reich, wie die sich bereichert hat, mal in Stichworte gemacht. Willst du das mal ganz kurz schildern? Was wollten die, was hat die gehemmt und wie haben die dann profitiert? Na, eigentlich war das in dem Sinne eine relativ simple Geschichte. Also, weil diese Gesellschaftssysteme, die hier existieren, mit der Ausnahme des Sozialismus, deswegen wird da auch nicht drüber gesprochen, weil da war das völlig anders. Deswegen sind ja alle böse Stasi-Kommunisten. Also, da reden wir nicht drüber. Also, diese ganze westliche Hemisphäre basiert ja auf eine Privateigentumsbasis und Konkurrenz. Das heißt, das ist der treibende Faktor. Konkurrenz bereichern, Konkurrenten platt machen im Inland, im Ausland. Deswegen werden Kriege geführt und so weiter. Und da war dann eben nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg das Problem in der deutschen Großwirtschaft, Großindustrie, Kapital, ja, wie können wir jetzt diese Verluste, die wir erlitten haben, irgendwie ausgleichen und wie können wir wieder reicher, einflussreicher, im Echtjahr mehr Geld verdienen. So, und deswegen war es eigentlich völlig folgerichtig, dass man auf den Faschismus setzte, weil einen größeren Vorteil kann ein Kapitalist ja nicht haben, wenn der seine Markterweiterung so betreibt, dass er in anderen Regionen, anderen Ländern sich auch noch die Rohstoffe in sein eigenes Eigentum überführen kann. Das heißt, der muss die nicht jemanden abkaufen, der muss keinen Zoll bezahlen, das gehört ihm selber und dann werden ihm so, ja noch, das ist ja der riesen Kostenfaktor auch jetzt, heute, diese blöden Lohnkosten, die konnte man ja so gut senken, KZ-Mitarbeiter, Zwangsarbeiter, also das war eine Situation, wo die Eigentumseliten über den Faschismus das größte Maß an Gewinn und Markterweiterung erzielen konnten, die sie mit keinem anderen Regime hätten erzielen können. Ja gut, und im Krieg, da werden viele Waffen benötigt. Ja, das kommt noch alles dazu. Munition muss nachgeliefert werden. So ist das Problem dabei, wenn man jetzt so eine Öffentlichkeit geht und sagt, passt mal auf Leute, also wir schicken jetzt mal eure Väter, Brüder und Söhne in den Krieg, die werden da zerfetzt, gesprengt, zerstückelt, erschossen, damit wir mehr Gewinn machen. Kommt nicht so gut. Kommt nicht so gut. Ja, das ist nicht so motivierend. Wobei, bei der Fährfahrt haben wir uns schon drüber gesprochen und der Thomas sagte noch zu mir, wenn die Mutter jubelt, dass ihr Sohn in den Krieg geht und dann überrascht ist, dass sie sagt, zurückkommt, dann ist da was verkehrt. Ja, so war das nicht immer unbedingt, weil, also wenn man sich die faschistische Ideologie, die man dafür erfunden hat, um den Leuten einzureden, dass das Affengeil ist, andere Länder zu überfallen, weil wir sind die Herrenmenschen, das sind Untermenschen, das ist ja wie Kakerlaken, das findet man denn in Odessa wieder. Ich habe Interviews mit den Mördern von Odessa, den Faschisten, wo die gesagt haben, na warte, wir haben Kakerlaken verbrannt. Ah, super. Kartoffelkäfer, das sind Kartoffelkäfer. Also die gleiche Ideologie, das sind unsere Verbündeten übrigens in der Autreise, die engsten Verbündeten der NATO-Grünen. Also, ja, das spricht für sich, was manche Leute für Freunde haben. Jedenfalls, Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Super. Super, Ingo. Kein Diesel. Jedenfalls hat man dafür diese Ideologie geschaffen, die davon aushielt, also der arische Mensch ist der höchste Form der menschlichen Evolution. Alles, was nicht so ist, ist darunter eigentlich ja nicht menschlich. Und damit leitet sich ja logischerweise das Recht her, die, die sowieso Untermenschenkakerlaken, bolschewistisch-jüdische Untermenschen sind, ja, da kann man die auch vergasen, vergiften, erschießen, platt machen, enteignen, alles kein Problem. Und da ist ja so eine Sache, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Gegenwart reden, das ist ja so eine ähnliche Sache. Der westliche Herrnmensch steht über allen, ist die moralische Institutionen weltweit und wer sich dem nicht fügt, ob in Afghanistan, Irak, Mali oder sonst wo, Syrien, Ukraine, oder Russen, die bösen Russen, haben wir jetzt beinahe die bösen Russen vergessen, also wer sich dem nicht fügt, der ist ja quasi dann auch sowas wie so ein Untermensch und man hat ja als Herrnmensch eigentlich die moralische Verpflichtung, diesen Untermenschen mal ordentlich sauret beizubringen. Ja, unglaublich. Und wenn wir jetzt noch in die Globalisierung gehen und sagen, okay, es gibt ja Mächte, gerade diese Eliten, die ja immer reicher werden wollen, die brauchen immer mehr Rohstoffe, die brauchen immer größere Märkte, die brauchen immer weniger Zollschranken, wenn es geht, alles vereinheitlicht, wenn es geht, noch billige Arbeitskräfte und sei es in China oder irgendwo, keine Ahnung, das passt alles quasi so zusammen und die beuten ja im Prinzip die ganze Welt aus. Ja, nicht ganz, deswegen sind sie ja so stinkig, weil sie zum Beispiel die Gas- und Ölvorkommen im Jahr 2000 nicht geschenkt gekriegt haben, da lag ja ein vorbereiteter Vertrag. In der Ukraine? Nee, in Russland. In Russland. Da lag ein Vertrag, das war einer der ersten Amtshandlungen von Präsident Putin, nachdem er Präsident wurde, da war ein Vertrag vorbereitet, der im Prinzip vorsah, dass man die Öl- und Gasvorkommen in Russland den Amerikanern schenkt. Der Yeltsin hätte das ja unterschrieben. Nee, ich glaube, der wollte dann nicht mehr, deswegen ist er abgetreten. Der hat es dann weitergeschoben. Okay. Und dieser Vertrag wurde ja, glaube ich, von amerikanischen Anwaltskanzleien ausgearbeitet. Ja, von wem sonst? Das war ja alles amerikanisch durchsetzt, die ganzen Administrationen da. Und Putin hat gesagt, nee, also wenn ihr unser Öl kaufen wollt oder Gas, das könnt ihr gerne machen, aber wir hätten schon auch als Ursprungsland was dran verdient. Und so wird man Diktator. Ah ja. Und dann ist man nicht mehr der freundliche Präsident. Nee, dann ist man auch kein Demokrat mehr. Ach so. Wenn man was für das eigene Land tun will, ist man kein Demokrat. Aber da ist es doch so, da gibt es ja diese Steigerung, gerade in diesen Begrifflichkeiten. Zuerst ist man der beliebte, demokratisch gewählte Präsident. Genau. Ja, und dann wird man so langsam zum Machthaber. Machthaber. Hitler kommt auch noch. Ja, so. Oder zum Regime. Oder zum Diktator. Diktator. Und dann irgendwann kommen noch Hitler-Vergleiche hinterher oder Babyfresser, keine Ahnung. Und so wird es auch gemacht. Schon immer, schon seit Jahrzehnten. Genau. Also eines der besten Beispiele ist ja Mossadegh im Iran. Ja. Da war eine westlich geprägte parlamentarische Demokratie an der Macht. Und da kommt doch dieser Mossadegh, der Ministerpräsident, auf diesen Irrwitzchen Einfall, die in, ich glaube, in britischer Hand waren die, die Ölquellen zu verstaatlichen. Uiui. Um von den Einnahmen vielleicht mal so Bildungswesen, Gesundheitswesen irgendwie sowas zu finanzieren. Man muss ja irgendwie bezahlt werden. Warum kann man das nicht mit den eigenen Ölquellen machen? Und da wurde der auf einmal zum Hitler. Ja. Und musste gestürzt werden. Das ging ja Hussein genauso. Und Gaddafi genauso. Allende. Und interessant war ja auch im Prinzip diese Geschichte in Syrien. Ich glaube, Assad wurde während des Krieges zweimal wiedergewählt und bestätigt. Alles manipuliert. Alles manipuliert. Kann man keine Beweise, aber behaupten ist auch schon mal gut. Behaupten ist auch schon mal gut. Experten sagen. Experten. Die waren dabei, haben die Stimmen gezählt. Alles klar. Aber nachgezählt dürfte nicht werden. Okay. In der heutigen Zeit, wenn wir über Ukraine sprechen, da geht es ja immer um diese Gasleitungen. Es gibt Spannungen in der Ukraine. Es wird immer so in den öffentlichen rechtlichen Medien hier gesagt, die Russen konzentrieren ihre Truppen an der Grenze zu der Ukraine. Ich meine, solange die in Russland stehen, ist doch alles in Ordnung. Wie ist die Lage deiner Meinung nach? Du kennst die Region viel besser. Da wissen wir ja nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Also bei dieser ganzen verlogenen Polemik, das ist schon so extrem. Also alleine der Satz, sie warnen Russland davor, die Grenzen in Europa irgendwie verändern zu wollen. Da denke ich immer, Jugoslawien war doch mal ein großes Land. Jetzt ist das so ein Vielfälger-Staat. Ich meine, wo wurden da nie Grenzen verändert? Tschechoslowakei, ach, gibt es ja auch nicht mehr. Da sind jetzt auch zwei Länder. Also es wurden ja so viele Grenzen verändert. Das hat nie ein Schwein interessiert, solange es im westlichen Interessenbereich ist. Jetzt haben wir die Situation, dass also nachdem sich der Westen, allen voran die USA, massiv völkerrechtswidrig in der Ukraine eingemischt hatte, Leute finanziert hat, es gab militärische Ausbildungslager für rechtsextreme paramilitärische Gruppen in Polen und in Litauen. Also eine massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten, die dazu geführt hat, dass ein rechtmäßig parlamentarisch demokratisch gewählter, anerkannter Präsident mit Hilfe oder ja eigentlich hauptsächlich durch faschistische paramilitärs gewaltsam gestürzt wurde, auf den wurde noch ein Attentat verübt und alles Mögliche. So. Und man installiert da eine Regierung von westlichen Gnaden, und sagt dann, Russland soll sich nicht einmischen. Also die sollen das nicht so machen, wie wir das gemacht haben, sagt man ja eigentlich damit. Die sollen nicht das tun, was wir getan haben. Finde ich, ja, ist eine Argumentation, kann man verstehen, aus westlicher Sicht, eilet irgendwie ganz schön logisch. Das Problem in dem Fall ist, wenn wir jetzt zur gegenwärtigen Situationen kommen, ist es ja so, dass ich interessanterweise, spannenderweise, ich bin eigentlich ein bisschen überwältigt, dass so was möglich ist, hat sich ja ein großer Teil der Bevölkerung in der Ukraine damals 2014 gesagt, nee, das ist eine illegale Putschisten-Regierung, die nicht von uns legitimiert ist, die nicht gewählt ist, die mit Gewalt an die Macht gekommen ist, die uns alle ukrainisieren wollen, die uns ihre Kultur, ihre Geschichte und ihre faschistoide Ideologie aufbringen wollen. Also es geht um die Ostukraine. Und Krim. Und Krim, ja. Beides. Und Krim hat ja einen Bevölkerungsanteil, einen russischen Bevölkerungsanteil von über 80 Prozent, während der in der Westukraine, ich weiß nicht, bei 14 oder so liegt, also das sind ja diese Unterschiede in der Ukraine. Und dass die denn Tatsache aufgestanden sind und die sagten, nee, das machen wir nicht mit, das Spiel. Wir lassen uns nicht von einer faschistoiden, nationalistischen Putschregierung regieren. Genau, und dann gab es dieses Unabhängigkeitsreferendum. Also nicht nur eins, also das auf der Krim. Also da war es ja so, da hat die Bevölkerung, also ich habe ja, wie ihr sagt, jetzt sehr intensiv recherchiert, auch die Bilddokumente und alles Mögliche. Also als der Putsch in Kiew im Gange war, waren Riesendemonstrationen in Simphoropoul und in Sevastopol tausende von Menschen, die gegen diesen Putsch protestiert haben. Und parallel am Rand lagen Unterschritte, da konnte man sich eintragen und Bürgermilizen und Bürgerwehrmitglied werden. So, da trugen sich also Leute ein, bloß die hatten ja keine militärische Bewaffnung und so weiter. Die hatten nur Helme und Schilde und Knüppel, also mehr war da nicht. Und die errichteten erst mal Blockaden vor den ganzen bewaffneten ukrainischen Organen, also vor den Kasernen und so weiter, weil sie verhindern wollten, dass auf Befehl der Putschregierung ukrainische Soldaten ausrücken und jetzt die Macht der Putschregierung errichten, auf der Krim. Ja, und vor allen Dingen auch, um ein Referendum zu ermöglichen. Ja, genau. Und dann dieses Referendum auch zu ermöglichen. Und dieses Referendum ist nach Artikel 1 der UN, Selbstbestimmungsrecht der Völker, ein legitimes Mittel, um sich unabhängig zu machen und hat überhaupt nichts mit der Annexion zu tun. Also, aber das sind ja auch so Sachen, da werden ja auch die Vorgeschichten ja nicht erzählt. Also, es wird mal gesagt, Krim, Krim, Halbinsel, das ist eine autonome Republik. Das ist eine selbstständige politische Einheit. Auch schon seit 1991, auch zu Sowjetzeiten, war das schon autonome Republik Krim. Wir reden nicht von irgendeinem Gebiet. Autonome Republik mit ihrem Parlament, Präsidenten, Verwaltungsorganen, das ist eine Republik. Und als denn diese Abspaltung war, also dieser im Prinzip, dieser verfassungswidrige Vertrag zwischen Jelzin und dem Präsidenten von Weißrussland und der Ukraine, wo die sich einfach abgespalten haben, war ein eklatanter Verstoß auch gegen die Verfassung der Sowjetunion mal. Also völlig rechtswidrig. Passierte denn eine Situation schon 1991, dass die Leute auf der Krim gesagt haben, nee, also wir sind Russen und wir gehörten immer zu Russland. Das ist unsere Geschichte, das ist unsere Tradition. Wir sind keine Ukrainer. Das heißt, die wollten schon 1991 ein Referendum machen auf der Krim und austreten aus der Ukraine, schon 1991. Und das wurde von dieser neuen Regierung da abgelehnt, wurde verboten. Das heißt, diese Bestrebungen, die sind doch nicht 2014 entstanden. Die gibt es ja schon über 30 Jahre. Oder 20 Jahre. Das ist eigentlich lustig, ne? Artikel 1 der UN-Konvention, Selbstbestimmungsrecht der Völker wird verboten. Wer kann sowas verbieten? Die, die die Macht dazu haben. Ja. Aber wahrscheinlich nicht die Völker. Das ist natürlich illegal, ne? So, weil es gibt drüber nichts. Illegal. Wenn wir heute irgendwie so eine Infektionsschutzverordnung mir mein Grundrecht auf Demonstrationen zum Beispiel verbieten will, dann sage ich, wer will mir das verbieten? Unsolidarisch. Naja, gut, aber ich habe ja auch noch Menschenrechte und es gibt ja auch immer EU-Rechte überhaupt. Ich bin unsolidarisch. Unsolidarisch. Ja, aber furchtbar. Also wer Rechte in Anspruch nimmt, ist unsolidarisch. Ja, und demokratiefeindlich zu vergessen. Und natürlich, was drüber steht, Nazi. Ach so. Ja, sowieso. Also, das ist diese Krim-Geschichte. Ja. Ja, nicht ganz. Jetzt haben wir aber im Moment das Problem. Das hat ja mit Geostrategie zu tun. Mit der Geostrategie, richtig. Weil es geht ja um die Ausdehnung des kapitalistischen Machtapparats. Ja, es muss immer näher, immer näher, immer weiter gehen. Und möglichst dicht an die russischen Ölquellen. Bis wir sie haben. Ja, möglichst noch drüber hinaus. Ja, plus das Problem ist, die Erde ist rund. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss, ne? Dann kommst du wieder hinten an. Das ist ein gutes Ding, weil ewiges Wachstum gibt es sowieso nicht. Ja, ist 100 Prozent. Aber hier können sie ja platt bügeln. Wird es größer. Die Erde so. Scheibe. Ja gut, ich sage jetzt mal, das geht ja auch. Je dünner, desto größer. Das geht ja auch mit so einem Schnitzel, ne? Kannst du immer draufkloppen und damit... Ja, das ist... Ja. Okay, aber deswegen ist auch nicht mehr Öl drin. Okay. Lass mal es. Spaß beiseite. Aber es geht um diesen Ausdehnungsprozess des Westens. Der will ja nicht nur die Rohstoffe haben und die Absatzmärkte und Pipapo, ne? Sondern es gefällt ihm nicht, wenn einer sagt, ich spiele da nicht mit. Dann stoßen wir an Grenzen. Und dann geht es ja immer noch, und das wollte ich dich unbedingt mal fragen als Medienanalyst, es wird ja immer wieder auf diese westlichen Werte abgestellt. Die westlichen Werte gilt es zu verteidigen, zu verbreiten, durchzusetzen, hin und her. Was, bitte schön, verdammt nochmal, sind westliche Werte? Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Wurde mir hier, kommen ja auch etliche Westdeutsche her, wo ich dann auch anfing, da mal ein bisschen so meine Meinung dazu zu sagen. Aber du musst doch sagen, was war... Ja, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Also das haben wir doch schon gerade rausgearbeitet. Freiheit, vom Leben, die demokratische Entscheidung, die eigenen Rohstoffe westlichen Eigentümern zu überlassen, das demokratische, oder das Menschenrecht auf Tötung durch NATO-Bomben, also da wird schon viel verbreitet, ja. Ne, jetzt aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist ja jetzt auch eine gewisse Ironie. Bleibt doch in den Zuständen hier nicht weiter übrig. Ja, aber zur Ironie ist doch so. Wenn ich mir diesen ganzen Wahnsinn hier draußen anschaue, inklusive der Medien und dieser Geopolitik und auch dieser Corona-Geschichten. Normalerweise könntest du ja dir diesen ganzen Scheiß angucken und depressiv werden. Oh ne. Aber depressiv ist eigentlich nicht gesund. Man könnte natürlich sich den ganzen Scheiß angucken und auch aggressiv werden. Ja, aber aggressiv möglicherweise ist auch nicht gesund. Und deswegen gefällt mir die Ironie am besten. Ich gucke da hin, ich mache mich lustig drüber, mein Blutdruck sinkt dann anschließend wieder. Und die Haare sind aber trotzdem schon ausgefallen. Ja, womöglich. Geh mal davon aus, dass du wahrscheinlich auch eine andere Beziehung dazu hast. Also bei mir ist das ja eigentlich anders bei der ganzen Sache. Also wenn wir über dieses Thema reden, ne. Also zum Beispiel 2014, das hat mich, weil ich ja persönlich betroffen war durch diesen Freundesbekanntenkreis, ja völlig fertig gemacht. Also ich war ja völlig am Boden, weil ich gesagt habe, jetzt stellen sich Leute in der deutschen Politik hin und verbünden sich mit den Nachfahren der Leute, also wo ihre eigenen Vorfahren mit deren Vorfahren verbündet waren. Also diese Nazi-Truppen da, die aktuellen, die beziehen sich ja an ihrer Traditionslinie, zum Beispiel auf die SS-Division Galicien. Also diese Leute, die ja Juden ermordet haben, Kommunisten ermordet haben, Polen ermordet haben. Und das sind jetzt sozusagen die Freunde. Und da war ich völlig durch den Wind, dachte ich, was ist denn jetzt hier los? Und das hat mich betroffen gemacht. Und da habe ich mich, und da habe ich dann auch gemerkt, dass das gesundheitsgefährdend ist. So eine Sache, wenn man sich da so emotional mit drinziehen lässt. Und das ist bei mir völlig durch, weil diese, diese, diese Neugroßdeutschland, was wir jetzt haben, diese Bundesrepublik mit ihrem, also mit ihrem ostdeutschen Anschlussgebiet, das ist ja eine Sache, die nicht, das ist ja nicht meine Geschichte. Also ich bin ja da nicht aufgewachsen. Das ist ja nicht meine Traditionslinie. Also das sind auch ja nicht meine Werte. Also ich habe eigentlich ja mit diesem Gebilde Neugroßdeutschland ja inhaltlich gar nichts zu tun. Das ist ja... Ja gut, aber welche Werte werden uns dann überhaupt vermittelt? Da wollte ich ja hin. Es geht ja um diese Begriffe der europäischen Werte. Ich wollte bloß sagen, also dadurch ist so eine Distanz da. Also ich betrachte das sozusagen wie... Da bist du eher in der Zuschauerposition. Ja, kann man so sagen. Okay, das ist ja auch vielleicht besser, dann bist du nicht so befangen. Aber kannst du mir trotzdem nochmal helfen? Was wollen die uns nahelegen, wenn sie von westlichen Werten sprechen? Also jetzt real oder was sie behaupten? Was sie behaupten. Oh mein Gott. Naja, da sind wir ja bei diesen... Das wird ja immer gesagt, die westlichen Werte sind Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Und das wollen wir jetzt in die Welt tragen. Das ist ja so diese Behauptung. Das heißt... Okay, das haben wir ja schon... Also die Begründung ist ja, wir sind sozusagen so ein gottähnliches Staatsgebilde, also noch idealer und perfekter geht es überhaupt nicht. Also die Segnung für die Menschheit. Und damit auch so eine Art Übermensch, wir sind die Europäer, wir müssen euch zeigen, wie es geht. Ja, also daraus leitet sich denn logischerweise, wenn man da ganz oben steht und das Idealbild der Schöpfung ist, leitet sich ja logischerweise die moralische Verpflichtung, ist eine moralische Verpflichtung, dass man denen da unten da, die das irgendwie da nicht begriffen haben, da in Syrien, das muss man denen jetzt mal beibringen. Das ist ja unsere moralische Verpflichtung. Danke, dass du mir mal die westlichen Werte erklärt hast, was sie behaupten zu tun. Was ist jetzt real? Du hast gesagt, was sie behaupten oder real? Wie würdest du sagen, ist das real? Naja, das ist doch vergleichbar mit dem, was ich über die Absicht der Eliten, der Eigentums- und Machteliten im Dritten Reich erzählt habe. Das ist ja identisch. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Weltkrieg nicht so woke ist, ja, also würde vielleicht so etliche nicht gefallen, also auch wenn jetzt hier so Atombomben auf den neuen Militärabteil da in Skreuditz auf dem Fliegeraffen da fallen, also auf diese militärische Abteilung, das wäre nicht so witzig. Also versucht man, das zu lösen über nicht ganz so militärische Mittel, also von einigen Ländern abgesehen, über Globalisierung. Also, dass man sagt, also auch wie in der EU, dass man sagt, die Schranken fallen, die Zollschranken fallen, alles fällt. Also ich kann jetzt meinen Wirtschaftsbetrieb, weil mir das einfach zu teuer ist mit diesen deutschen Arbeitern, die wollen zu viel Geld. Die kann ich nach sonst wohin verlagern, dann habe ich keine Zoll. Also es ist ja im Prinzip das gleiche Ergebnis wie durch die deutsche Wehrmacht in der Eroberungspolitik, nur eben über Wirtschaftsverträge, Abkommen und so weiter. Aber eine Nummer größer, weil es global ist. So, und nun muss ich dann aber doch jetzt zum Beispiel dem deutschen Bürger verklickern, warum sein Arbeitsplatz nach Thailand oder nach Philippinen oder Malaysia ausgelagert wird. Und da kommt dann wieder die Ideologie ins Spiel, dass man sagt, na wir müssen doch und Globalisierung, bist du ein Globalisierungsgegner. Ja klar, und das ist ja Entwicklungshilfe, wenn wir deinen Arbeitsplatz da unten installieren und dir Arbeitslosengeld bezahlen. Also wenn man sich beschwert, dass der eigene Arbeitsplatz nach Taiwan ausgelagert wird, dann ist man Globalisierungsgegner. Das ist ja auch wie Verschwörungstheorie und Nazi. Und das heißt, zusammengefasst, die Medien verdingen sich sozusagen als Instrument, um diesen Eliten weiterhin zu helfen, ihre realen europäischen Werte auszuweiten. Naja, das kann man nicht so trennen, weil das ist ja alle dasselbe. Also diese Handvoll Eigentümerfamilien, die gehören ja auch zu den Eliten. Also das ist doch nicht getrennt. Das ist doch alles eins. Und das Problem dabei ist, dass sich dieser Charakter der Medienberichterstattung wahrscheinlich auch auf dieser Basis in den letzten Jahren auch geändert hat. Also man ist nicht mehr das Sprachrohr dieser Eliten, sondern die Medien entwickeln sich immer mehr auch zum Machtfaktor, also die auch Politik vor sich her treiben. Das sehen wir jetzt in der Realpolitik. Biden hat, glaube ich, verklickert bekommen, dass das so nicht geht mit der Ukraine und dass er das nicht militärisch lösen kann. Aber davon merken ja diese Ideologen in den Westmedien, in diesen Propagandaorganen, die merken ja davon nichts. Die sind ja immer noch auf dem alten Trip. Die denken ja immer noch, dass sie die Schlacht von Stalingrad noch gewinnen können. Stimmt. Aber ist es inzwischen so, dass die Medien so sind, wie es auch Andreas Popp in seinem Plan B in der Wissensmanufaktur beschreibt, dass sich die Politdarsteller ihre Aufmerksamkeit bei den Medien erbetteln müssen? Ja, so in die Richtung geht das, ja. Das ist so eine Tendenz. Okay. Fakt ist eins, es müssen Feindbilder generiert werden, es müssen Profiteure da sein und es muss ein Sprachrohr geben, die Medien beispielsweise, so. Und es muss natürlich Kritik unterdrückt werden, es muss zensiert werden, es müssen Weglassungen und so weiter, Zuschreibungen. All das muss geschehen. Aber das machen ja Menschen. Und die leben ja in Redaktionen, die produzieren hinter der Kamera, vor dem Mikrofon oder wie auch immer allen möglichen Inhalt. Machen die das ganz bewusst? Machen die das unbewusst? Sind die einfach nur Erfüllungsgehilfen, die darüber nicht nachdenken? Ist da eine Mischung? Was ist dort los? Naja, ich kann es erstmal nur aus eigenem erleben, Brote. Ich habe ja viel mit Redakteuren zu tun heute. Und auch aus der Situation in der DDR, das habe ich ja auch bewusst erlebt, DFA, Fernsehen und so weiter. Und also mein Eindruck ist, dass gerade in den letzten Jahren das verschärft über Personalpolitik gegangen ist. Indem man ganz hier gerichtet, auch bei den Nachwuchsleuten, eigentlich nur noch Leute einstellt, die völlig auf dieser ideologischen Linie sind, aus tiefster Überzeugung. Also mir ist da so eine Sache passiert. Ich hatte hier ein Gespräch mit einer Nachwuchsredakteurin, ich glaube, das war so ja eine Ostdeutsche, wenn ich mich nicht irre, die in Dresden Politologie studiert hat, die also für so eine große westdeutsche Wochenzeitung also auch als Redakteur arbeitet. Und da war genau diese Frage. Also deswegen hat man da ein Gespräch organisiert, weil ich mal wissen wollte, wie ticken denn so eine Leute überhaupt? Ein junges Mädel, Mitte 20? Und was sagt die mir zur Eröffnung von dem Gespräch, also um eine Grundlage zu schaffen? Naja, also eins ist ja klar, Putin Diktator, Krim annektiert und so. Ja, also das ist ihre tiefe Überzeugung und aus dem Blickwinkel schreibt die ihre Artikel. Also ich meine, was sollen da am Ende bei rauskommen? Und der schärfste Satz, den habe ich schon von vielen Redakteuren gehört, die so drauf sind, kommt irgendwann immer der Satz. Also bei mir wäre Ende, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ja, will dich zensieren oder du darfst dieses und jenes, das wäre für mich Schluss, würde ich kündigen. Wo ich immer sage, na brauchst du, das wird dir nicht passieren. Du bist ja auf Linie. Ja, weil er ist doch der eigentliche, der Redakteur ist doch der Zensur, oder nicht? Also du bist doch auf Linie, wer soll dich denn kündigen? Das passiert doch nur Leuten, die nicht auf Linie sind. Das sagen auch die Fridays for Futures. 99 Prozent der Leute da in diesem Weltklimarat sind der Meinung und so weiter. Aber dass das ausgesuchte Leute sind, die das wirklich glauben, das hat noch nie jemand hinterfragt. Und wenn es genauso ist in den Medien, dann gute Nacht. Naja, also abgestuft. Also ich denke, es wird genauso sein, also vergleichbar. Ich will nicht gleichsetzen, vergleichbar. Also immer ein bisschen auf den Zungenschlag achten. Also ähnlich wie der Propagandabetrieb im Dritten Reich war oder auch der Propaganda- und Agitationsbetrieb in der DDR. Das heißt, die große Masse von denen haben das aus Überzeugung gemacht, wobei diese Überzeugungen auch nicht gleichzusetzen sind zwischen DDR und Faschismus, was ja jetzt die Ideologie gerne macht, obwohl das völlig verkehrt, Seitenverkehrt war, völlig identisch. Das heißt, die Entscheidungsträger, also da bin ich mir, denke ich, schon sicherer, dass die das bewusst machen. Okay. Also wenn man zum Beispiel so einen sieht wie den Herrn Kleber, der ja ein ganz aktiver Transatlantiker war, aus tiefster Überzeugung, das Extremste, was mir von diesen Menschen in Erinnerung ist, das war im Juni 2014, als gerade diese Untersuchung auch vom Programmbeirat war, wo der sich so salopp mit den Hintern auf seine Bank da im Studio setzt und sagt, ja, also wir haben ja so viele Kritiken gekriegt, Faschisten in der Ukraine und so weiter und ich kann sagen, wir sind dem nachgegangen, wir haben recherchiert und haben festgestellt, es gibt sie nicht, diese Faschisten in der Ukraine, wo ich mir sage, also wer in so einer verantwortlichen Position, auch in so einer verantwortlichen Position in der Atlantikbrücke sowas sagt, also da würde ich ja eher vermuten, dass der genau weiß, was er da tut. Okay. Eigentlich schade. Liebe Zuschauer, deswegen sind freie Medien sehr wichtig. Du engagierst dich in diesem Bereich, um etwas beizufügen, was nicht da ist. im Allgemeinen, wir engagieren uns, unterstützt uns ein kleines bisschen, ja, tragt es weiter und seid einfach aufmerksam. Es folgt alles einer großen Agenda, irgendeiner profitiert, die Medien machen die Meinung, bilden die Meinung, unglaublich, bilden ein Weltbild, Verschwörer und völlig egal, welche Ideologie da ist, ob es die Nazis waren, die DDR, jetzt Corona oder was weiß ich, bleibt wachsam, stellt Fragen, vor allen Dingen die, die sonst keiner stellt. Ich danke dir, ja, und wir hoffen, dass wir irgendwann aufwachen in einer ganz freien und vielfältigen Medienwelt. Die Parallelsellschaft ist vorbei, man wacht in der Zukunft auf, das wäre geil. auch wenn die Frauen von der Angst bin, sondern sie Therapie